Was war sonst noch? War sonst noch was? Ach ja, oh, am Sonntag war auch Muttertag. Wolfgang, sorry, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Du bist ja wie eine Mutter für mich. Eigentlich hätte ich dir was schenken müssen. Ja, gut, aber Muttertag ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Also ich dachte, es sei wichtig, aber der SWR, der SWR denkt anscheinend, es ist nicht so wichtig. Ich sag Ihnen, wie es dann bei uns weitergeht, und zwar mit Ihren Geschichten rund um den Muttertag. Da haben wir Sie ja gefragt, wie begehen Sie den Muttertag? Gibt es bei Ihnen? Hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten. Da hätte ich gerne in der Regie gesessen, weißt du? Sagst da irgendeiner, oh, nervt die Olipp. Ja, aber schön ist, beim SWR muss ich noch nicht mal selber umschalten, das machen die für mich. Das ist cool, da zahle ich gerne meine Gebühren für. Danke, lieber SWR.